hallo meine lieben freunde und herzlich willkommen zu diesem unboxing video das mehr oder weniger ein teaser video zu meiner frequent order first order review ist dennoch möchte ich euch dieses kleine meisterwerk nicht vorenthalten also schauen wir uns das ganze mal an hier haben wir natürlich das schöne kammer sieht wunderschön aus oben fällt grand order first order eben das logo ansonsten der hinweis dass es auf dem akiba passfestival 2017 zu sehen war und dieser fsk logokleber den entfernen wir jetzt mal so wenn wir das ganze jetzt mal umdrehen sehen wir das feld grand order first order logo und natürlich auch die inhaltsangabe worum es eigentlich in diesem anime geht weiter unten natürlich die technischen details und jetzt kommt das was mich wirklich überrascht hat als ich das ganze aufgemacht habe dieses wunderschöne artwork mit diesem metall glanz effekt es sieht wirklich klasse aus und macht einiges her aber natürlich seht ihr schon in der mitte das first grand order material das booklet der serie aber zuerst ein kleiner blick eben auf die blu ray sieht schön aus mit dem fsk logo ist nicht so toll aber was soll's jetzt schauen wir mal in das first order material dem booklet zum anime ja das enthält natürlich wie so jedes booklet eben informationen zum anime bzw zu den charakteren hier die zwei hauptprotagonisten und natürlich auch ein image board wo eben mehr erklärt wird bzw eben in diesem fall zeichnungen sind ansonsten natürlich viele charakterideen bzw charakter informationen ja das war's eigentlich auch mit diesem unboxing video viel mehr gibt es leider hier nicht außer natürlich dem fake grand order first order anime die review zur deutschen synchronisation von fake grand order first order findet ihr in kürze auf diesem kanal ich hoffe das video hat euch gefallen wenn ja ihr wisst daumen nach oben kommentar in die kommentar box ansonsten sehen wir uns in einem späteren video wieder bis dahin euer stefan macht's nicht gut macht's besser ciao so Untertitelung des ZDF, 2020